Moin, in dieser Folge von Wortguide geht es um den Begriff Rebound. Mindguides Erstens, die Bedeutung. Als Rebound wird ein Rückprall bezeichnet. Zwei häufig vorkommende Bereiche, wo dieser Begriff genutzt wird, ist in der Medizin und im Basketball. In der Medizin wird ein verstärktes Wiederauftreten von Symptomen nach Absetzen der Arzneimittel bei einer behandelten Erkrankung beschrieben. Beim Basketballspiel wird der Abprall vom Ball bei einem missglückten Kopfwurfversuch beschrieben. Zweitens, die Herkunft. Der Ursprung liegt im englischen gleichbedeutenden Wort Rebound. Der Ursprung liegt im home mit einem nied